Gelassenheit Gelassenheit ist heilsam und befreiend. Oft plagt uns die eigene Reaktivität. Ständiges Haften an Angenehmem und Festhaltenwollen strengt an. Endloses Verlangen und Erwarten von Angenehmem ist anstrengend. Häufige Abneigung und Wut auf Unangenehmes und Schmerzhaftes ist anstrengend. Es ist schon mühsam genug, wenn wir Unangenehmes und Schmerzhaftes erfahren und dies unvermeidlich immer wieder so sein wird. Es ist schon unbefriedigend genug, dass Angenehmes immer wieder vergeht. Aber zusätzlich noch ständig mit Leiderzeugenden Emotionen, Gedanken und Taten darauf zu reagieren, ist gnadenlos anstrengend. Und weit weg von einer heilsamen und heiteren Lebenseinstellung. Gelassenheit ist hier die ultimative Lösung. Es ist die Geistes- und Herzensqualität, die direkt zu innerer Befreiung führt. Es geht um einen inneren Raum der Durchlässigkeit oder Weite. Ein Gefühl dafür mag der bekannte Vers aus der Zen-Tradition vermitteln. Lass den Vogel fliegen im unermesslichen Himmel deiner Gelassenheit. Befreie den Fisch im bodenlosen Ozean deiner Toleranz. Woraus bestehen Gleichmut, Gelassenheit und innere Balance? Sie bestehen aus Annehmen und Loslassen. Das ist ein wesentlicher Aspekt unserer Praxis. Wir üben uns unentwegt im Annehmen der unerwünschten, mühsamen Erfahrungen und Situationen. Es ist auch schon unangenehm genug, wenn der Mitarbeiter unfreundlich ist, der Kaffee lauwarm, das Wetter nasskalt und das Knie schmerzt. Wenn wir nun zusätzlich noch Ärger, Enttäuschung und Verstimmung produzieren, ist das wirklich nicht sehr geschickt. Warum tun wir das immer wieder? Ist es nicht erstaunlich? Annehmen wäre die einfache und praktische Lösung. Problem erledigt. Natürlich können wir beim Kellner reklamieren, wenn wir glauben, dass es hilft. Aber sich ärgern nutzt niemandem. Annehmen bedeutet hier aber nicht, alles in dieser Welt okay zu finden und zu meinen, wir müssten es nur annehmen. Allzu vieles in dieser Welt ist nicht okay und verlangt, dass wir unsere Stimme erheben, helfen und unser Bestes tun. Annehmen bezieht sich in Praxisinstruktionen immer auf die Erfahrung des Momentes. Es bedeutet, dass wir gelassen in Kontakt mit dem Erleben bleiben können, ohne gleich reagieren zu müssen. Dies erlaubt uns, auf die gegebene Situation mit Bedacht, Klarheit und Mitgefühl antworten zu können. Loslassen ist das Gegenstück zu annehmen. Es reicht schon, wenn die freundliche Mitarbeiterin die Firma verlässt, wenn der schöne Samstagabend vorbei ist, wenn die kostbare Rose verblüht ist, wenn Schönes vergeht, wenn der angenehme Meditationszustand verklingt oder abrupt aufhört. Zusätzlich noch anhaften, festhalten, Enttäuschung und Trauer zu produzieren, ist nicht besonders hilfreich oder unterstützend. Und doch tun wir es immer wieder. Ist es nicht erstaunlich? Loslassen wäre hier die einfache und praktische Lösung. Problem erledigt. Aber wir müssen uns erst an diese Möglichkeit erinnern, und zwar gleich im aktuellen Moment. Und dann tatsächlich loslassen. Gerade auch im Alltag, in den kleinen Dingen, in der Firma, im Verkehr, zu Hause. Es gibt zahllose Gelegenheiten. Wir brauchen nicht zutiefst erleuchtet und gleichmütig zu sein, um unser Leben heilsam und heiter zu machen. Gelassenheit hilft. Hier eine tiefgründige Beschreibung. Wenn du ansehen kannst, wie deine Nachbarn an fantastische Ferienorte reisen, ohne den geringsten Neid zu hegen. Wenn du völlig zufrieden bist, mit jeder Art Essen, die man dir vorsetzt. Wenn du nach einem vollen Tag des Herumrennens einschlafen kannst, ohne einen Drink oder eine Pille. Wenn du immer Zufriedenheit findest, wo immer du bist, dann bist du wahrscheinlich ein Hund. Wenn du nicht zufrieden bist, dann bist du wahrscheinlich ein Hund. Bis zum nächsten Mal.